Also ich spekuliere im Moment ja drauf in die Richtung, dass man sagt, wenn Thema Klage mal vom Tisch ist, dass kurzzeitig mal ein kleiner Pump kommt. Aber wird sich das wirklich lohnen aus deinem Gefühl her, dass man sagt, man casht den Teil aus, packt in andere Projekte beziehungsweise werden wir jemals dann wieder vernünftige Einkaufspreise sehen für XRP oder ist der Zug dann wirklich abgefahren, dass man jetzt sagt, man wartet ein halbes Jahr und dann kriegt man nochmal irgendwelche Bereiche unter 30 Cent, sage ich mal zumindest. Ja, das ist halt so eine Frage. Ich weiß nicht, wie viel da meine Meinung zu wert ist, weißt du? Ich glaube, da könnte jeder von uns was sagen und alles wäre möglich. Darum, ich erwarte halt, wenn das, die Klage wird, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun haben, wie nachhaltig der Anstieg oder der Fall dementsprechend sein kann des Kurses. Weil es kann natürlich sein, die Klage geht durch, XRP gewinnt, das ist erstmal so eine Euphorie, das Ding schießt erstmal nach oben. Wir haben über 90% des On-Demand-Liquidity-Handels außerhalb der USA. Und Brad Garlinghouse hat das ja schon mal gesagt, wir agieren jetzt schon, als ob es der Worst Case wäre. Diese 10%, die dann aus den USA dazukommen, klingt auf den ersten Blick wenig. Wenn man sich dann aber vorstellt, was für eine Macht die USA ist und dass man den aktuellen Markt, der 100% darstellt und USA wegfällt und jetzt die 10% USA letztendlich darstellt. Das sind jetzt die aktuellen 100%, von denen man ausgeht. Aber das Potenzial, was durch die USA dann noch reinfließen kann, das ist nicht mit drin. Und dann kann das natürlich sein, wenn auf einmal riesen, riesen US-Banken jetzt auf einmal reingehen und sagen, hey, wir arbeiten jetzt mit, dann wird die Summe an dieser Markt steigt, vielleicht schon zu 30 oder 40% vom USA herauskommen. Das ist die Frage, die sich dann bei mir stellt. Wie groß wird die Auswirkung sein, wenn die USA diese Clarity gibt? Und wenn der Narrative jetzt weitergeht, dass man gegen Proof of Stake angeht, wer weiß, genau so wie sie von XRP rausgeflüchtet in Cardano und Ethereum und Bitcoin sind, vielleicht werden genau die Leute zurück zur XRP fliehen. Weil ich habe keinen Bock, in irgendwas reinzuinvestieren, wo, wenn der Gary sich da hinsetzt und ein Fürzchen raushaut, dass die Kurse auf einmal komplett in den Keller gehen können, dann gehe ich doch lieber in so ein Asset rein, wo wir in den USA nur Bitcoin und XRP dann als sichere Quellen haben. Und das kann natürlich dazu führen, meines Erachtens nach, dass nach der Klage das Ganze steigt. Aber ich habe im letzten Livestream, ich weiß, ich glaube, das waren sieben Minuten, da habe ich, weil ich habe, ich bin mal ein bisschen detaillierter darauf eingegangen, warum ich glaube, dass diese ganze Tokonomics-Geschichte ja zum Ende hin nicht die Riesenauswirkung haben wird wie Anwendung. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wird das ein Anstieg sein durch Anwendung oder wird das ein Anstieg sein durch Spekulation, wenn die Klage durch ist? Und ich denke, unterm Strich sind wir uns alle einig, wenn die Klage durch ist, wird das erstmal ein Anstieg durch Spekulation sein und kein extremer Anstieg durch Anwendung. Denn Anwendung erleben wir jetzt gerade auch. Und sollte durch die US-Clarity von Ripple und XRP starke Anwendung kommen, dann wird das meines Erachtens nach nicht von heute auf morgen passieren. Das braucht Zeit, es muss alles implementiert werden erstmal. Und dann Schritt für Schritt müssen sie auch die ganzen Regulatorien erstmal eingehen, Papierkriege hin und her. Beim Bankensektor, ich glaube, R2-D2, du wirst wahrscheinlich genau erklären können, was für ein Pain in the Ass das ist, wie die Amerikaner das sagen. Du kannst da nicht einfach irgendeine Änderung durchführen. Du musst über so viele Kontrollorgane durchgehen, bis du deinen Stempel draufkriegst, dass du da irgendeine Veränderung durchführen darfst. Und ich glaube, der Anstieg durch die Anwendung braucht noch ein, zwei, drei, vielleicht vier Jahre, wer weiß. Und dann werden wir diesen wunderschönen organischen Schub sehen bei XRP, den wir erwarten. Jetzt erstmal, wenn wir diesen starken Anstieg sehen, glaube ich, kann es auch zu stärkeren Korrekturen wiederkommen. Ob ich da jetzt richtig liege oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen. Das ist das, worauf ich eher spekuliere. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. Bis zum nächsten Mal.